hallo und herzlich willkommen zurück zu someday you will return falls ihr euch wundert dass ich jetzt hier wieder zurück bei lea bin die offensichtlich verschwunden ist keine ahnung wo sie hin ist vielleicht war sie einfach nur in unserem kopf dann liegt das daran dass ich mit ziemlich sicher bin dass wir falsch gelaufen sind ich muss jetzt noch mal auf die karte gucken denn irgendwie entweder sind wir irgendwo falsch abgebogen aber das irgendwie müssen hier hoch weil wir gehen hier irgendwie nach rechts aber wir sind ja die ganze zeit nach links gegangen skulka not here und diese hunde haben wir zwischendurch auch nicht also hier muss noch irgendein anderer weg sein diese stimmen hört auf also entweder habe ich hier irgendwas übersehen aber wir sind hier links hochgegangen und hier sind wir her gekommen es muss irgendwo anders lang gehen aber hier ist ja auch zu ist ja auch zu ach nee guck mal aha alles klar gut dann weiß ich ja bescheid das ist wirklich tricky okay dann geht es wohl hier lang wo ist denn unsere weg markierung hier ist blau sehr gut according to lea i should follow the blue ja machen wir gleich ich gucke mich natürlich wieder um ich schaue mich natürlich hier wieder überall um nach bonbon papieren abzeichen und so weiter und so fort jetzt haben wir hier die kreuzung zwischen rot und blau so warte mal wo wir als nächstes hin müssen nord hier also wir sollen weiter blau lang gehen aber so geht zu geht so jetzt ich meine wir sollen nicht hier lang gehen aber ich gehe natürlich mal gucken ich wer bin ich denn dass ich da nicht gucken gehe da will ich natürlich wissen was da ist ich habe fragen so viele fragen und niemand ist darum sie mir zu beantworten not hier ist denn hier unten gibt hier unten gibt es ja etwas wovor wir angst haben sollten oh guck mal das ist ja schön hier was ist da was ist das camp hier ist doch zumindest der bach not here ja wie gesagt ich habe fragen ich habe so 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 viele fragen ich habe auch das gefühl umso mehr wir finden umso mehr entschlüsseln sich diese fragen auch umso mehr klären sie sich auf und es hat irgendwas mit dem camp damals zu tun da bin ich mir mittlerweile eigentlich ziemlich sicher das hat ja einfach so einen großen stellen wert so jetzt sind wir hier noch bei rot gibt es hier irgendwas von bedeutung ich sehe halt auch nicht wo wir sind aber das ist schon spannend es ist schon spannend hier ist sogar ein pfeil wieder eine new location vielleicht oder irgendeinen geheimort was ist das was ist das da ist irgendwas eingekreist ich kann es aber nicht richtig erkennen wahrscheinlich auch eins dieser spiele wo hier waren wir noch nicht aber hier sagt auch ehrlich gesagt nicht viel daniel achso geht es denn hier noch lang sagt mal kommen wir hier wieder zu harter oder akku gemahl hatten wir das schon hier oben sind wir war nicht sein post und hier kommen wir glaube ich wieder auf den normalen grün okay da wollen wir aber nicht hin wir wollen natürlich wieder zurück hier ja hier geht es dann wieder zum camp und hier geht es wieder zum bunker okay aber das musste ja einfach auch mal mitnehmen das musste ja einfach auch mal mitnehmen ich gucke hier trotzdem noch ich gucke mir hier alles an ich nehme hier alles mit auch wenn wir später noch hinkommen ich will das hier einfach wissen vielleicht können wir ja hier auch noch was machen ich darf mich bloß nicht verlaufen das wäre echt doof aber dank der weg markierungen geht das eigentlich gott es ist auch schon wieder so dunkel hier oder beziehungsweise dämmerig es dämmert ja bonbon papier nein ist das schön es ist so schön hier aber hier können wir auch nirgendwo hochklettern oder sowas ne schade ich dachte wir können noch ein bisschen mehr erforschen den kleiner felsen klingt doch irgendwie so danach als könnte man da hochklettern das wäre toll oh ne komme ich gar nicht hin oh das sieht so schön aus das sieht einfach so schön aus guck mal da ist doch so weißes zeug kann man da nicht irgendwie so eine kleine kletterpartie hier oben geht es lang schau mal hier so und da ist ein bonbon papier brennnesseln au 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 vielleicht von der anderen seite warte mal lass mal gucken das kann ja jetzt hier nicht unmöglich sein das glaube ich nicht müsste man irgendwie hochkommen so orientierung ade würde ich sagen was ist das denn hier schon wieder eine bank hier gehen wir dann wieder zurück ok ja aber wie komme ich denn wie komme ich denn hier hoch ach hier sind so kleine tierbilder erstmal hier gucken oh noch eins gibt es dafür eigentlich ein achievement wenn man so 50 hat oder so weil alle 100 werde ich glaube ich nicht mehr kriegen aber so für 20 50 hm was ist das für ein geheimer ort how are you holding up wie geht es voran ich glaube ich gebe einfach auf ach bis jetzt noch nichts ich ähm I'm getting desperate oder ignorieren ähm bis jetzt noch nichts ist ja im endeffekt die wahrheit noch haben wir nichts gefunden oh sie schreibt noch was na dann mach mal hin ich kann grad nicht mehr zurück äh klicken naja egal so strom sparen oder oder sollten wir hier sowieso noch hinkommen hm sind wir hier vielleicht sogar schon richtig aber wie komme ich denn jetzt auf diesen Felsen ich will ja auf diesen Felsen wo das Bonbonpapier lag da will ich hin kannst du mir jetzt nicht erzählen dass ich da nicht hochkomme hey von keiner Seite aber auch ne ah ah hier ah ja gut danke deswegen wollte ich hier sein so mehr gibt es jetzt nicht hier zu holen ne ich glaube das reicht auch können wir hier wieder ne hier können wir nicht runter so jetzt sollten wir aber wieder zurück gehen jetzt haben wir das zumindest ein bisschen erkundet obwohl es mir ehrlich gesagt auch noch nicht angezeigt hat dass wir eine neue Location entdeckt haben so hier unten oh das ist so schön jetzt habe ich Lust irgendwie ins Gebirge zu fahren und dann hier cool rum zu klettern ne ne hier waren wir glaube ich schon ne gut dann gehen wir mal wieder zurück zum eigentlichen Ort des Geschehens achso diese Kinderzeichnung furchtbar aber wundert mich trotzdem dass wir hier nicht so dass wir hier nicht hochklettern können denn normalerweise wie gesagt aber wie gesagt vielleicht später so warte mal wo sind wir denn jetzt überhaupt ich könnte ja mal gucken genau hier geht es wieder zurück zum Dingens hier kommen wir wieder auf blau ok ah hier häng dich rein Dan ich bin auch an irgendwas dran ich werde dich bald anrufen Dan das haben wir ihr gar nicht erlaubt uns Dan zu nennen wir sind Daniel wir sind Daniel hier waren wir schon gucken ne ja genau da war dieses Schild so jetzt gehen wir aber jetzt gehen wir aber hier zum Schloss eventuell ich kann nichts versprechen kommt drauf an was wir hier noch alles erkunden können zumindest kann ich ja mal ganz kurz hier nochmal ein bisschen rum gucken was hier so ist nur ganz kurz versprochen ganz kurz hier kommen wir nämlich rein haha was ist das ok da oben gibt es eine Hütte wem gehört die denn jetzt hier oben ist angeblich eine Hütte wo denn oder ein Zelt hier oben ist angeblich eine Hütte ich will mir alles angucken das ist ja hoch wo denn ist noch ein ganzes Stück hin oder hier hier siehst du aber auch den Wald vor lauter Bäumen nicht das muss ich jetzt mal ehrlich sagen ist gar nicht so leicht hier irgendwas zu finden hier sind wir doch hergekommen was soll denn hier das Haus sein noch weiter oben hier so direkt hoch ach komm Daniel komm ach nein ich muss es doch irgendwo hoch gehen guck mal hier so so vielleicht so zack also ich weiß nicht seht ihr hier was ich sehe hier überhaupt kein Haus oder Zelt oder was weiß ich wie gesagt von hier sind wir halt gekommen ne also ich ich weiß ja nicht du wo das uns hier hinführen soll aber ich will das natürlich finden ne also ich will das ich will das finden oder vielleicht hier irgendwo ne sind wir halt auch schon wieder so weit weg von dem Zaun das war ja direkt hinterm Zaun irgendwo oben ja und hier sind wir halt abgegangen also abgegangen im Sinne hier haben wir den Weg verlassen den wir eigentlich gehen sollten hier muss es doch irgendwie hoch gehen Daniel wo ist das Haus wo ist das Haus ich will das Haus sind wir schon wieder an dem Stück wo ich nicht hoch komme komm 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 oh nein oh cool jetzt nicht runterfallen schade geht es nicht weiter wo ist dieses blöde Haus oder Zelt es muss hier einfach irgendwo sein es muss hier irgendwo sein es muss hier irgendwo sein oh ach herrje hier vielleicht nicht alter wieder die spinnen aber er sagt halt auch er sagt immer nichts dazu Daniel was war das der Ort hier an dem wir ja echt das war's kein cooles Zelt oder so kein geheimer Unterschlupf ach hier sind die Fallen wieder oh hier geht das Blut noch lang äh der lebt wohl noch hier der wie hieß er denn ach wie hieß er gleich ähm irgendwas mit S oder nicht Svetlana sondern irgendwie anders noch ein Bonbon Papier auf jeden Fall der verschrobene Typ der hier irgendwelche der diese ganzen Spielzeuge baut ich weiß nicht mehr wie er heißt Stanislav oder der hier ist Stanislav glaube ich Stanislav alter hier gibt es so viel zu entdecken ja der hat ja seine blöden Fallen hingebaut huch da auf zu verziehen danke oh wie nervig einfach ich weiß ich sollte hier bestimmt noch nicht sein ich sollte bestimmt jetzt äh was ganz anderes machen aber komm als würde es dir nicht auch gefallen ne als wärst du nicht auch so gespannt was wir hier so geheimes finden und hier kann man hochgehen warte am Fireplace da hoch dann nach da gucken zu den roten Bären es ist einfach so geil was du hier alles entdecken kannst auch wenn man halt wie gesagt nicht so richtig weiß ob man da später noch hingekommen wäre oder nicht ist ja erstmal egal was einfach das ist einfach so cool so wie komme ich denn jetzt aber da hoch hm wie komme ich denn jetzt aber da hoch ich soll hier irgendwas finden hoch so jetzt orientiere ich mich auf jeden Fall erstmal wo bin ich denn überhaupt auf dem grünen Weg oh wenn ich hier weiter geradeaus laufe komme ich wieder auf rot verstehe oder soll ich hier oben gucken nach den Bären ich kann mir jetzt hier gerade gar nicht mehr weiter hoch guck mal hier geht es doch noch lang oder irgendwelche Treppen ne schade so mach mal wieder Licht an es ist mir zu dunkel wie komme ich denn da hoch er meinte irgendwas mit Treppen 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 ist okay wie komme ich jetzt hier hoch hier sind die Bären ah Daniel pflück dir doch mal ein paar die sind bestimmt nicht giftig die sind bestimmt richtig gesund ah ok cool so ja so mit dem zack so so Stanislav was hast du hier oben versteckt hm eine Kiste na komm hallo jetzt ok ne das nicht sondern das hatten wir immer ne ok so so brauchen wir gar nicht ok ein Dokument Bachlofs Rock Legend hey das war nicht schlecht ich habe eine lokale Geschichte gefunden im Norden von Backlofs Schloss stand ein Solitary Berg der der Bachlofs Rock genannt wurde er wurde erschaffen als der Teufel eine Wette mit dem Meister von Bachlofs Castle machte der Teufel gab damit an dass er einen riesengroßen Felsen herbringen könnte nearby Quarry bevor die Sonne untergeht das Objekt um das sie gewettet hatten war natürlich die Seele des Schlossmeisters es sah schlecht aus für unseren Schlossmeister aber im Endeffekt als noch während der Teufel damit beschäftigt war sich um den großen Felsen zu kümmern oder um den Berg krähte der Hahn bevor die Sonne aufging und der Teufel dachte dass er die Wette verloren hatte schrie verärgert und stellte den Berg oder den Felsen zurück auf den Boden dabei zersplitterte der Berg oder der Felsen in drei Teile die du bis heute hier besichtigen und bewundern kannst liebe Grüße G. Okay danke für die Info das war sehr interessant jetzt muss ich aber jetzt muss ich aber wieder zurück jetzt muss ich mich mal wieder auf meine Mission machen das ist so schön was du hier einfach alles entdecken kannst das ist Wahnsinn Wahnsinn was die hier eingebaut haben so jetzt aber zurück zur eigentlichen Sache kommt der Nähl schneller ich habe keine Zeit so warte nein ich will ja auch noch was schaffen jetzt so jetzt sind wir wieder auf blau jetzt sind wir wieder ganz nahe bei blau ich wollte aber erstmal wieder zurück zu rot warte wir sind hier wenn wir jetzt zurück gehen kommen wir erstmal wieder auf rot ich will ja blau auch von Anfang an mit euch machen deswegen mache ich mir die Mühe jetzt nochmal und lauf den ganzen Weg zurück weil das fände ich echt doof wenn ich jetzt wenn ich jetzt irgendwas übersehen würde nur weil ich jetzt auf die blaue rote wechsel so ich werde jetzt mal ein bisschen langsamer laufen weil oh stimmt hier war ja die Falle weil speichern und verziehen ihr kennt das ja der mit seinen fallen was macht er denn mit diesen Tieren ah gut jetzt komme ich wieder zurück so ich weiß auch gar nicht ob das überhaupt was bringt mit diesem Strom speichern so wie komme ich denn jetzt hier wieder runter wie komme ich denn jetzt hier wieder runter hm hochkommen hochkommen war ja die eine Sache aber runter kommen anscheinend ist anscheinend noch schwieriger warte hier vielleicht hier drüben irgendwo ach jetzt bin ich auf ewig hier gefangen weil ich nicht mehr runter komme das wäre ja ja hier ne so jetzt bin ich wieder jetzt müsste ich ja wieder genau jetzt bin ich wieder auf dem Weg zu blau ach hier war die Zeichnung oder jetzt muss ich mir das doch nochmal kurz angucken weil ich wissen will war das wirklich ein Zelt oder war das was anderes ach so zur Kiste oder soll das die Kiste darstellen oder soll da wirklich ein Haus sein keine Ahnung ich habe jetzt hier keins gesehen vielleicht ist da noch irgendwo eins aber naja dann haben wir das jetzt halt mal nicht gefunden ich denke mal aber schon dass es die Kiste sein soll denke ich mal schon so jetzt müssten wir eigentlich langsam mal wieder an der Weggabelung sein ja hier hier war die Weggabelung weil ich denke mal wenn du das Spiel dann auch so langsam durchgespielt hast hast du dann auch vielleicht nicht mehr so die Lust alles nochmal zu erkunden also das lohnt sich schon wenn man direkt auf dem Weg ist so warte was ist hier unten hier ist der Bach so dann lass mich nochmal kurz kicken wo wir hier sind jetzt sind wir müssen noch ein Stück nach rechts dann kommen wir wieder auf blau so nio 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 Können wir uns Hände waschen? Gut, schade. Ich dachte, man kann hier noch irgendwas finden. Huch. Oha. Hier sollen wir wahrscheinlich auch noch nicht sein. Nee, Quatsch, warte. To the left for the third time. Super secret. Super secret. Ich liebe super secret. Tunnel. Not here. To the left for the third time. Super secret. Tunnel. Tunnel. Hm. Nee, warte mal. Irgendwie hier ist rot-blau, ne? Schade, dass sie den Bach nicht mit eingezeichnet hat. Ich will natürlich jetzt hier auch wissen, was Sache ist. Tschüss, ich geh dann mal. Ich erkunde hier. Ah. Guck dir das an. Hier ist das Haus. Super secret. Was ist denn hier passiert? Oh Gott, der Teddybär. Sieht aus wie von Kindern gemacht. Als würden Kinder hier wohnen. Was hat's mit den ganzen Tellern auf sich? Alter. Die haben hier im Wald auch schön gespielt, ne? Überall Mause fallen. Das ist das Märchen hier vom... Wie hieß das? Das Mädchen und die drei Bären. Goldlöckchen oder so. Schade, dass wir hier kein Dokument haben. Alter. Cool. Toll, dass wir das gefunden haben. Oh, jetzt bin ich erschrocken. Sie haben sich ja was richtig Kleines, Süßes gebaut, ne? Aber man findet leider trotzdem kein Dokument, was einem erklärt, was das hier ist. Aber wie gesagt, wahrscheinlich haben sie einfach nur hier gespielt. Oder es ist halt Leas Spielplatz. Vielleicht hat sie sich das hier auch gebaut. Lea, unsere Tochter, was auch immer. Das hier bedeuten soll mit den Kindern. Oh, voll interessant. Kommen wir jetzt leider nicht mehr weiter, ne? Okay. Da war also doch noch ein Haus. Es war doch noch ein Haus. Komm. Daniel. Du gehst jetzt bitte hier hoch. Okay. Ja, ich verstehe schon. Aber es hat sich gelohnt, oder? Es hat sich gelohnt. Oh, hier ist die Höhle, oder? Von der sie hoch erzählt hat, oder? Kann das sein? Nein, sind wir jetzt schon hier? Not here. Ja. Ach, sind wir jetzt schon am richtigen Ort? Das wäre ja doof, weil... Ich wollte natürlich noch ein bisschen... Gucken. Zumindest kein schwarzes Zeug, keine blutenden, hängenden Rehe an der Steindecke. Ich glaube, hier sind wir richtig, oder? Oh, ist das süß hier. Oh, ist das süß hier. Ein kleiner Märchenwald irgendwie. New Location discovered Playground. Voll schön. Das muss sein, was Stella gesprochen hat. Voll schön. Da hat sie sich auf jeden Fall ein schönes kleines Reich geschaffen. No. Voll süß. Oh. Das nehme ich mit. Wahrscheinlich ist das die Kleine, die hier die ganze Zeit Bonbons futtert, einfach im Wald liegen lässt. Was hat denn hier gerade noch geblinkt? Ach so, Hände waschen. Refreshing. Ah, refreshing. Gott, mach die Lampe an. Öh. Okay, haben wir das auch entdeckt? Den glitschigen Stein läuft da ganz langsam. Ist auch ein schönes Detail. So, gut. Obwohl, nee, sollten wir jetzt nicht hier weitergehen? Aber geht ja eigentlich nicht, ne? Okay, ich muss nochmal gucken. Oh Mann. Mal drücke ich aufs Falsche. Hier hätten wir ja eigentlich sein müssen, ne? Und dann hätten wir zum Hund gehen müssen. Tunnel. Ein Baum. Tree with two trunks to the left again. And keep left. Not here. Left for the third time. Super secret. Das ist dieser Baum. Aber wenn dann hier das Schloss sein soll, wie kommen wir denn dann da hin? Also das geht ja nicht. Also ich sehe ja auch keinen Schloss in den durch die Bäume hindurch. Soll vielleicht auch so sein, wer weiß. Ich gehe jetzt hier nochmal durch, weil ich weiß jetzt nicht so genau. Es gibt bestimmt noch einen anderen Tunnel. Ich glaube nämlich nicht, dass wir schon auf dem richtigen Weg sind. Ja, habe ich gesagt. Hör, lass mich. Okay, so jetzt Handy. Zeig mir nochmal, wo ich hier bin. Ich bin jetzt hier. Okay, dann gehe ich wieder auf den Weg. Ja. Oder soll das hier so sein? Ich glaube schon. Und dann biegen wir auf die blaue Rote ab. Wo wir ja eigentlich hin sollten. Aber ich mache ja nie das, was man mir sagt, sondern... Ja. Machen wir irgendwas anderes. Okay, so warte. Also wenn mich nicht alles täuscht. Hier, oder? Hier geht's weiter. Oder? Ich bin gerade total verwirrt. Hier ist diese Tafel, genau. Warte. Ah, hier ist Galka, oder? Skulpturen und Sandsteine. Ja. Brauchen wir jetzt nicht lesen. Hier kreuzt das jetzt gelb. So. Was sagt denn dein Brief? Da ist gar nichts gelbes eingezeichnet. Okay. Sandsteine. Da muss ja hier irgendwo dieser Hund sein. Auf blau weitergehen. Bei Rot. Dann weitergehen. Also jetzt hier links. Und doch über den Bach, oder? Aber da waren wir doch gerade schon. Äh. Weiter zeigt er mir nicht. Müssen wir doch dort lang? Aber eigentlich müssen wir ja hier lang. Verstehe ich gerade nicht. Ich dich da eigentlich. Wir müssen jetzt... ...bei blau weitergehen. Aber hier gibt's so viel zu entdecken. Oh Mann. Warsawa. Klumek. Ja, wenn man jetzt wüsste, was das heißt, ne? Kamenetian. Silent Valley. Damm. Schimburg. Muchlina. Mischna. Little Rock. Aber weißt du was? Ich nehm schon wieder viel zu lange auf. Es ist einfach meiner Neugier geschuldet. Das tut mir echt leid. Aber jetzt ist gar nicht so viel Interessantes passiert. Naja, was soll's. Dann finden wir das Schloss eben in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. und sage, bis dahin, macht's gut und tschüss. Tschüss.